In diesem Video wollen wir uns nochmal mit IP-Adressen und der Subnetzmaske auseinandersetzen. Genauer gesagt geht es hier um IPv4-Adressen bei IPv6, was jetzt ein bisschen aktueller ist, aber noch nicht in Gänze umgesetzt, läuft das Ganze ein bisschen anders. Und wenn wir schon bei der Subnetzmaske sind, werden wir auch sofort sehen, was die Grundidee des sogenannten Subnettings ist. Subnetting ist eine Sache, die kennt man aus dem Heimbereich eher nicht, weil man sie da nicht braucht, ist aber eine Sache, die in nahezu jedem Firmennetzwerk genutzt wird, also im professionellen Bereich völlig gang und gäbe und normal ist. Zunächst mal die IP-Adresse. Ich gehe jetzt in dem Video übrigens davon aus, dass wir MAC-Adressen und so kennen und wissen, wie Layer 2 funktioniert. Jetzt bewegen wir uns also nach Layer 3. Eine IPv4-Adresse ist wie folgt aufgebaut. Die besteht in dieser Darstellung zumindest, man könnte sie auch anders darstellen, das sehen wir gleich, aus vier Dezimalzahlblöcken. Und zwar nehmen die alle Werte an zwischen 0 und 255. Das ist so die Struktur von der IP-Adresse, die man sicherlich kennt. So gibt man sie auch in Windows irgendwie seinem Rechner. So stellt man die auch in jeder Fritzbox ein und so weiter. Also diese Struktur sollte man schon mal gesehen haben. Das heißt, wir haben Zahlen zwischen 0 und 255 und das Ganze viermal hintereinander und trennt die mit einem Punkt. Diese Darstellung nennt sich entsprechend auch gepunktete Dezimaldarstellung. Und es ist, wie gesagt, eigentlich so die üblichste, die man erstmal hat. Warum werden hier Werte angenommen von 0 bis 255? Weil im Hintergrund eigentlich Bits liegen. Wir reden ja von Computern, die rechnen in Binärzahlen und dementsprechend liegt hier eigentlich eine Bit-Darstellung hinter. Das heißt, hinter jeder dieser, ich sag mal, Dezimalpunkteinheiten liegen jeweils 8 Bit. Mit 8 Bit kann ich Werte zwischen 0 und 255 eben darstellen. Ich gehe jetzt im Video ferner davon aus, dass wir diese Umrechnung hier hinbekommen. Also, dass wir wissen, wie man Binärzahlen in Dezimalzahlen und umgekehrt umrechnet. Weil wir hier jeweils von 8 Bit reden, nennt man das dann auch Oktette. Also erstes Oktett, das ist das vordere, zweite, dritte, vierte Oktett. Das ist eine relativ gängige Sprechweise und wenn man nicht weiß, warum irgendwie jetzt dieser erste Block hier Oktett heißen soll, naja, das liegt daran, dass dahinter 8 Bit liegen. Springen wir mal in ein einfaches Beispiel. Wir nehmen mal dieses Netzwerk hier. Also vier Rechner, die über einen Switch verbunden sind. Und wenn wir jetzt nur Layer 2 kennen würden, wüssten wir, dass der Switch diese Rechner jetzt auf Layer 1 und 2 verbindet. Und wenn wir jetzt die MAC-Adressen zwischen den einzelnen Rechnern, nicht von den einzelnen Rechnern kennen würden, könnten wir jetzt über die MAC-Adressen mit den Rechnern jeweils untereinander kommunizieren. Das würde auch funktionieren. Das heißt, alle Rechner sind auf Layer 1 und 2 verbunden. Und man sagt dann, dass sie im sogenannten gleichen physikalischen Netz liegen. Ich halte mich jetzt mal raus, ob das ein geeigneter Begriff ist oder nicht. Physikalisches Netz soll heißen, sie sind auf Layer 1 und auch 2 dann verbunden. Aber jetzt haben die Dinge auch IP-Adressen. Und IP-Adressen spielen sich halt nun mal in Layer 3 ab. Und was jetzt noch nicht ganz klar ist, oder vielleicht intuitiv klar ist, ich weiß es nicht, welche Rechner können hier jetzt eigentlich hinsichtlich ihrer IP miteinander kommunizieren. Denn die hängen ja jetzt einfach am Switch. Ein Switch versteht keine IP-Adressen. Von daher sind wir im IP-Adressen völlig egal. Und naja, wer kann hier jetzt eigentlich mit wem reden? Das Ganze gucken wir uns jetzt mal in Packet Tracer an. Im Packet Tracer sieht das Ganze so aus. Da kann ich jetzt hingehen und Ping-Befehle durch die Gegend jagen. Ich ping jetzt einfach mal von PC0 auf PC3. Und stelle fest, Successful. Das heißt, der kann mit dem reden. Und in dem Ping-Befehl steht die IP-Adresse. Das heißt, das Paket, was ich von da nach da geschickt habe, habe ich da hinbekommen, indem ich dessen IP-Adresse angegeben habe. Das heißt, die hier scheinen auf Layer 3, also auf, ich sage mal, dem IP-Layer in Anführungszeichen, durchaus kommunizieren zu können. Das ganze Spiel kann ich jetzt weiter treiben. PC0 mit PC1 funktioniert auch. PC3 mit PC1 funktioniert auch. Alles gut. Die Rückrichtungen funktionieren dann eigentlich zwangsläufig auch immer. Also auch der kann dann den anpingen und das funktioniert alles, ja. Der hier, den haben wir bisher nicht betrachtet. Testen wir mal. PC2 möchte jetzt mal mit PC0 reden. Und wir stellen fest, Failed. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen ist dieser hier, dieser PC nicht in der Lage, mit dem hier zu kommunizieren. Umgekehrt geht das Ganze auch nicht. Stellen fest, Failed. Nicht nur das, dieser PC kann auch mit diesem PC nicht kommunizieren. Auch hier Failed. Und auch dieser PC kann nicht mit dem PC2 kommunizieren. Auch hier Failed. Das heißt, diese drei hier untereinander können reden. Der hier sitzt daneben und hört nichts. Oder kriegt nichts mit. Jetzt muss man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und wenn man sich mal die IP-Adressen anguckt, dann hat man wahrscheinlich schon eine Idee. Nämlich, die drei hier unterscheiden sich nur quasi im letzten Oktett. Der hier hingegen unterscheidet sich im vorletzten Oktett. Das heißt, wo hier überall Nullen stehen, steht hier plötzlich eine Eins. Und tatsächlich ist das auch der Grund. Jetzt könnte man natürlich fragen, heißt das also folglich, dass nur PCs miteinander sprechen können, die sich ausschließlich auf dem letzten Oktett unterscheiden? Und gilt das immer? Und nein, das gilt nicht immer. Das gilt nur in diesem Falle und wird signifikant bestimmt durch die sogenannte Subnetzmaske. Man vergibt nämlich an einen Rechner nicht nur eine IP-Adresse, das habe ich hier gemacht, sondern auch eine Subnetzmaske. In diesem Falle sieht die so aus. Ist also strukturell irgendwie ähnlich zur IP und besteht jetzt hier aus 255, 255 und so weiter. Und die hier ist letztlich das entscheidende Kriterium. Und auch das gucken wir uns jetzt mal weiter an. Denn was macht eigentlich eine Subnetzmaske? Eine Subnetzmaske unterteilt eine IP-Adresse eines Gerätes in einen sogenannten Netz- und einen sogenannten Host-Anteil. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Wir haben eben schon gesehen, auch hier haben wir solche Dezimalblöcke, vier Stück an der Zahl. Und auch hier können wir also wieder Werte zwischen 0 und 255 annehmen in der Subnetzmaske. Und auch hier liegen im Hintergrund eigentlich wieder Bits. Das heißt, wenn ich diese Subnetzmaske von eben habe, dreimal 255 und hinten eine 0, dann sieht das in Binärdarstellung wie folgt aus. Also ein Haufen Einsen, gefolgt von einem Haufen Nullen. Damit ist noch nicht gesagt, was sie tut. Grundsätzlich ist es so, dass Subnetzmasken immer so aussehen. Also ich habe immer einen Haufen Einsen gefolgt von einem Haufen Nullen. Und zwar ohne weitere Wechsel. Was grundsätzlich strukturell nicht erlaubt ist, wäre so etwas wie, ich sage jetzt mal 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 und dann wieder Einsen. Das ist per Definition im Standard ausgeschlossen. Solche Kombinationen sind nicht möglich. Das heißt, ich starte grundsätzlich mit Einsen und am Ende kommen Nullen und dazwischen keine weiteren Wechsel. Was macht jetzt eine Subnetzmaske? Wie gesagt, die teilt eine IP auf in zwei Anteile, ein Netz- und ein Hostanteil. Und das Ganze könnte beispielsweise wie folgt aussehen. Ich habe hier diese IP-Adresse, 122.168.0.100, mit dieser Subnetzmaske. Das Ganze habe ich mal in binär hingeschrieben. Das oben hier ist die Binärdarstellung der IP-Adresse. Und das untere ist die Binärdarstellung der Subnetzmaske. Und diese Aufteilung im Netz- und Hostanteil funktioniert jetzt immer so, dass grundsätzlich da, wo die Subnetzmaske 1 ist, der entsprechende IP-Bereich zu einem sogenannten Netzanteil wird. Das heißt, diese grünen Stellen der IP-Adresse bestimmen jetzt, in welchem Netz sich der PC befindet. Der blaue Anteil ist der sogenannte Hostanteil. Der adressiert quasi das Gerät innerhalb dieses Netzes. In diesem Falle wäre es jetzt so, der PC liegt im Netz 192.168.0 und hat die Host-Adresse 100. Was jetzt vielleicht auch erklärt, warum das überhaupt keinen Sinn ergeben würde, dass die Subnetzmaske plötzlich Löcher mittendrin hat. Denn dann hätte ich plötzlich irgendwie hier ein Stück Netzanteil, dann hätte ich wieder ein Stück Hostanteil, dann hätte ich wieder Netzanteil, dann wieder Hostanteil. Das lässt man nicht zu, sondern man sagt, die IP-Adresse startet quasi mit einem Netzanteil und endet mit einem Hostanteil. Und jetzt gucken wir uns das gleich nochmal im Detail an. Denn, was jetzt eben der Fall war, da gab es einen Rechner, der hat sich im Netzanteil unterschieden. Da war einmal eine 0 bei den drei Rechnern und die 1 bei dem einen Rechner, der mit keinem reden konnte. Und grundsätzlich ist es jetzt so, dass zwei PCs nur direkt miteinander kommunizieren können, wenn sie im gleichen, und jetzt kommt ein neuer Begriff, logischen Netz liegen. Man muss jetzt zwischen dem sogenannten physikalischen, das ist quasi das Netz auf Layer 1 und 2, und dem logischen, das ist das Netz auf Layer 3, unterscheiden. Und immer, wenn zwei Rechner im gleichen logischen Netz liegen, Klammer auf, und natürlich physikalisch verbunden sind, sonst geht es nicht, dann können sie miteinander reden, liegen sie in verschiedenen Netzen, können sie es erstmal nicht direkt, wobei direkt eben heißt, ja eben ohne Router. Gleiches logisches Netz an dieser Stelle heißt, sie haben den gleichen Netzanteil. Wenn sie sich auf dem Netzanteil unterscheiden, dann geht es nicht. Um das nochmal sich ein bisschen komplexer anzugucken, mal ein anderes Beispiel, und zwar dieses hier. Da habe ich jetzt mal einen Ausschnitt aus einem virtuellen Firmennetzwerk. Da ist es jetzt beispielsweise so, ich habe hier die Abteilung 1 und habe die Abteilung 2. In der Abteilung 1 gibt es irgendwelche kleinen PCs, in der Abteilung 2 gibt es die auch, zusätzlich gibt es zum Beispiel noch Netzwerkdrucker und so weiter und so fort. Man könnte sich jetzt hier noch File-Server oder irgendwas, Storages oder irgendwelche Geräte vorstellen. Und das ganze Ding hängt jetzt an einem Switch. Das würde man zugehendermaßen in der Praxis so nicht aufbauen, aber es ist erstmal denkbar. Jetzt ist es so, dass das ganze Ding hier ein großes physikalisches Netz bildet, weil alle hängen am gleichen Switch und können sich auf Layer 2 wieder unterhalten. Diese ganze Nummer funktioniert auch auf Layer 3, denn wir können uns das mal angucken. PC0 redet mit PC6, ja, funktioniert. Was weiß ich, PC6 redet mit PC2, funktioniert. Das wäre quasi jetzt so abteilungsinterne Kommunikation, aber es geht auch zwischen den Abteilungen hin und her, alles gut. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel den Effekt, dass PC6 auf dem falschen Drucker drucken könnte, nämlich in der Abteilung 1. Und auch das würde funktionieren. Vielleicht will man das ja gar nicht. Dass das aber funktioniert, ist relativ logisch, denn die Subnetzmaske, die hier vergeben ist, ist die folgende. Das heißt 255, 255, 255, wie eben. Das heißt, bis auf das letzte Oktett ist alles Netzanteil. Das heißt, alle IP-Adressen, die auf den ersten drei Oktetten gleich sind, können sich unterhalten. Und wie wir hier sehen, hier fängt alles mit 1, 2, 1, 6, 8, 1 an. Der, 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 der und der. Die unterscheiden sich alle nur im vierten Oktett und deswegen können die auch alle miteinander reden. Das ist soweit richtig. Wenn wir uns das jetzt mal als entsprechende Tabelle angucken, auch wenn die jetzt ein bisschen erschlagen wird, dann sieht das Ganze so aus. Moment, einmal durchtabben. Dann sieht das Ganze so aus. Das hier sind jeweils die IP-Adressen. Die IP-Adressen der sechs PCs und die IP-Adresse des Routers, der dann noch so mit drin hängt. Und wir sehen, die unterscheiden sich in den ersten drei Oktetts überhaupt nicht. Das sind alles hier die gleichen Zahlen. Das ist der Netzanteil. Da sind alle gleich. Das ist der Hostanteil. Da unterscheiden sie sich alle und wir merken, alle liegen im selben Netz. Funktioniert also. Gut. Jetzt mache ich mal den gleichen Aufbau und ändere nur was an der Subnetzmaske. Das heißt, ich werde jetzt von da mal auf die andere Seite hier springen. Das ist das gleiche Netz mit den gleichen IP-Adressen. Und das Einzige, was ich hier mache, ist statt der 255255255.0 eine 224 hinten zu nehmen. Das heißt eigentlich, dass ich die Subnetzmaske verlängere. Das sehen wir gleich. Und was jetzt passiert, ist folgendes. PC3 kann immer noch mit PC4 reden. Das ist quasi unternehmens... Ich mache es nochmal neu. Das ist quasi abteilungsinterne Kommunikation. PC3 mit PC4 kann sprechen. PC4 kann auch drucken in seiner Abteilung. Alles gut. Und jetzt mal der Test. Funktioniert denn jetzt noch abteilungsübergreifende Kommunikation? Kann PC3 beispielsweise mit PC7 sprechen? Und da stelle ich fest, nö, geht nicht. Genauso kann jetzt PC7, das war der dümmste anzunehmende User eben, der versehentlich auf den falschen Drucker drucken wollte, kann der noch falsch drucken? Nö, kann er auch nicht. Das heißt, was wir hier jetzt gemacht haben, und das kann man jetzt noch ein bisschen weiterspielen, also immer wenn es quasi abteilungsübergreifend wird, können die nicht mehr miteinander reden. Was wir hier jetzt gemacht haben, wir haben dieses Netzwerk geteilt in zwei sogenannte Subnetze. Mit dem schönen Effekt, dass die Abteilungen jetzt nicht mehr miteinander sprechen können. Zumindest nicht direkt und ohne weitere Maßnahmen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja blöd, die sollen sich ja irgendwie austauschen können. Man kann aber auch sagen, ja, ist ja super, jetzt haben wir nämlich keine Sicherheitsprobleme mehr. Denn wenn hier jetzt irgendwelche Daten liegen, die die andere Abteilung vielleicht gar nicht sehen darf, sei es irgendwelche Kundendaten oder sonst was, oder eben auch Drucker, die am besten gar nicht angesprochen werden sollten von anderen Abteilungen, dann hat das auch Vorteile. Und das nutzt man auch tatsächlich, gezielt, um eben dafür zu sorgen, dass Kommunikation zwischen mehreren, ja, eben Subnetzen heißen sie, dann getrennt werden kann. So, warum können die jetzt nicht mehr miteinander reden? Ich hatte es ja schon gesagt, das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Subnetzmaske. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal in der Tabelle an. Denn das Ganze sieht dann wie folgt aus. Gleiche IP-Adressen wie vorher. Ich habe nichts verändert. Das heißt, die Zahleneinträge im Vergleich zum Beispiel vorher haben sich nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist hier oben habe ich drei Bit mehr. Während hier vorher eine Null stand in der Subnetzmaske, steht hier jetzt ein 2, 2, 4. Und eine 2, 2, 4 setzt sich zusammen, indem ich die ersten drei Bits auf 1 setze. Das kann man jetzt mit dem Windows-Taschenrechner von mir aus mal umrechnen oder mir jetzt an der Stelle glauben. Dadurch, dass ich hier aber drei Einsen gesetzt habe, hat sich jetzt quasi der Netzanteil verlängert. Und wenn man hier jetzt mal durchguckt, stellt man fest, es gibt drei IP-Adressen, die liegen im Netz 0, 0, 0. Vorher unterscheiden sie sich eh alle nicht. Und es gibt drei IP-Adressen, die liegen hier im Netz 0, 1, 1. Das hier ist quasi die linke Abteilung und das hier ist die rechte Abteilung. Und das ist jetzt der Grund, warum die hier nicht mehr direkt miteinander kommunizieren können. Denn die Netzanteile unterscheiden sich. Damit liegen sie nicht mehr im gleichen logischen Netz und können nicht mehr direkt miteinander kommunizieren. Das heißt, Ping-Befehle funktionieren nicht mehr, auch Drucken würde nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt wirklich so, als wären die zumindest auf Layer 3 gar nicht verbunden. Was im Hintergrund allerdings immer noch funktioniert, sind solche Sachen wie Mac Broadcast und so weiter. Das kriegen immer noch alle. Aber auf Layer 3 können die nicht mehr ohne weiteres kommunizieren. Und hier ergibt sich jetzt noch ganz nebenbei ein anderes strukturelles Problem. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück oder ich gehe nochmal eben in das Bild rein. Es war, glaube ich, intuitiv relativ logisch, das so aufzubauen von wegen, ja, wir haben hier jetzt eine Firma und die kommuniziert über einen Router nach draußen. Also man könnte sich jetzt vorstellen, hier hängt das Internet dran oder sonst was. Das Ganze funktioniert jetzt aber auch nicht mehr. Denn wenn man nochmal reinguckt, dann liegt jetzt der Router, das ist der untere hier, nur noch in einem der Netze. Das heißt, nur noch diese IP-Adressen hier können überhaupt mit dem Router kommunizieren. Die hier sind jetzt quasi damit auch vom Internet abgedockt, sage ich mal. Also die dürfen nicht nur nicht mehr mit deiner Abteilung reden, die dürfen auch nicht mehr ins Internet. Das heißt, wenn man jetzt möchte, dass beide Subnetze noch Internetzugriff haben, dann muss man hier auch wirklich was an der Topologie ändern. Das heißt, da muss auch wirklich ein anderes Gerät noch hin oder ein zusätzliches Gerät, ein zweiter Router und so weiter. Das sind aber Dinge, die gucken wir uns dann später mal an. Das Fazit der ganzen Sache ist, ja, Geräte können dann direkt miteinander kommunizieren, wenn sie im gleichen logischen Netz sind. Und ob sie im gleichen logischen Netz sind, bestimmt der Netzanteil, also der Netzanteil der IP-Adresse. Und wo der Netzanteil aufhört, bestimmt die Subnetzmaske. Und die ganze Sache ist eben in Dezimaldarstellung, und so sieht man es ja nun mal häufigerweise, eigentlich gar nicht so richtig zu erkennen. Denn in Dezimaldarstellung, ja, ist nicht ganz klar, was hier hinten die 224 eigentlich heißen soll. Die 0 ist relativ klar, heißt, okay, jetzt ist hier Hostanteil, aber wenn da 224 steht, ist irgendwie nicht intuitiv klar, ja, wo fängt denn jetzt Netzanteil und wo fängt jetzt Hostanteil an. Deswegen ist es an der Stelle eigentlich immer notwendig, sich einmal die Binärdarstellung hinzuschreiben.